Regis Breitingen, Regis Breitingen, wir fahren heute nach Regis Breitingen. Der Kern der Turbine, der Vorsitzende und der Vize-Vorsitzende sind hier unterwegs nach Regi-Town. So, wir sind alle peinlich berührt hier. Richtig. Alle zwei Mann, die hier nach Regis Breitingen fahren. Ja, wir sind jetzt gleich glümmer. Vielleicht mit dem Zwischuss noch einlegen, weil wir zu gut in der Zeit liegen. Ja, und dann... Dann haben wir dort den Shit fett krass rocken. Den Shit fett krass rocken und vielleicht gibt es noch ein paar Drops. Wunderwunderschöne Landschaft. Wunderwunderschön. Also landschaftlich muss ich sagen, es ist schon sehr schön. Richtig schön. Wie schön? Richtig, richtig schön. Und jetzt schaut euch mal gleich den Ohr da an. Den nehmen wir jetzt hier gleich als nächstes fahren. Wo wir nämlich, dass wir uns doch ein bisschen verfahren haben. Und in einen großen Kreis gefahren sind. Wir waren gerade in Bernbruch und jetzt fahren wir in Leisebach, Lauterbach. Was sagst du dazu? Wie sind wir hier wieder nach Bernbruch gelangt? Leider irgendwie vor vorn, minimal. Ja, gut. Was sollen wir machen, ne? Wir nehmen uns zum Ziel. Und bei Konrad. 5 km. Die Turbine ist gleich noch da auf dem Weg. Regis Breiting, bei wunderschönstem Wetter, Sperr, Clemens ist da hinten irgendwo bei den Männern und ich hier vorn bei den Senioren und jetzt geht es zum Hammerwerfen. Das ist hier in Regis Breiting nach dem Sperrwurf, Clemens. Es ist ja das zweite Mal, dass ich Sperr werfe und ich musste mich erst mal ran tasten und da habe ich erst mal 22 Meter geworfen. Ich kann das ja noch nicht richtig, ich habe ja vor einem Jahr das erste Mal geworfen und jetzt ist ja wieder so viel Zeit vergangen. Ich will meinen, das ist nicht ganz korrekt, aber okay, wir lassen dich mal in dem glauben. Ich 26 Meter und so quetschte, ganz zufrieden, jetzt als nächstes Hammer-Truth. Konrad hat es geschafft. Er ist der große Sieger. Zweiter Platz. Konrad. Konrad, das stimmt, mit einer weiteren 26 Meter 18. So was kam jetzt. Gut, noch ein Mal nachher hoch. Alles so gut. Ja, ja, ja. Mittagessen mit heißen Würsten. Setzpause mit heißen Würsten. Also, und Bratwurst am Hof. Ich freue mich so für dich. Schon wieder erster Platz. Das gibt es doch gar nicht. Ich habe mich wirklich gut gefühlt. Top-Verteile und so das schöne Saisonstadt. Es ist wirklich beeindruckend. Wir haben jetzt vergessen zu füllen die letzten Siegereierungen, aber er hat immer den ersten Platz gemacht. Das ist unglaublich. Ne, jemals wieder. Ach, jemals wieder. Ja gut. Es wird das nächste Mal besser. Große Sieger. Das hast du wundertoll gemacht. So Konrad, Bilanz? Bilanz, ja. Sperr, 26 und zerquetschte. Gut. Nicht schlecht. Diskus, 20,55. Gut. Hammer, 80 Meter und. Ja, auch okay. Und bei Kugeln über 8 Meter. Gegen O. Bin wir zweiter, dreimal erster. Geht von Saisonstadt. Ist okay. Ja, ich war ja großen Sieger des Tages. Mit meinem ersten Platz. In allen Disziplinen. Und damit bin ich auch zufrieden. Das glaube ich nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Imbéu. Wenn du zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.